Hallo Netsch, willkommen zu der neuen Folge von Lego Star Wars Folge 4 Wir sind immer noch auf dem Weg nach oben Ah, okay Okay, jetzt habe ich endlich rausgefunden Also wir müssen erstmal hier Jetzt weiß ich nicht wie es geht Das nur noch freilegen, damit die sich da hochhaken können Gut Okay 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 Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.